Hallo Freunde der Virtualen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Pico 4 Gameplay Video. Und ja, wir zocken Rampage. Ich habe mal ganz kurz reingeschaut. Es ist ein Rocklight-Shooter-Adventure. Ja, Adventure-Shooter würde ich sagen. Und wir können hier mit mehreren Leuten spielen. Wir können aber auch alleine spielen. Und wir haben einen richtig großen Talentraum. Das schauen wir uns jetzt mal hier an. Ich bin da selber noch nicht komplett durchgestiegen. Aber wir erspielen uns halt Punkte und können die hier für verschiedene Sachen dann einsetzen. Und ja, so geht es dann immer so weiter. Ich habe noch nichts freigeschaltet. Ich würde euch einfach nur ganz kurz mal das Gameplay ein bisschen zeigen. Ja, eigentlich cool. Wir können hier Leute einladen. Wir spielen aber jetzt alleine, damit ich euch ein bisschen was zeigen kann. Und dann haben wir die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Charakteren zu spielen oder zu wählen. Wir haben einmal hier einen weiblichen Charakter, einen Roboter fast. Also die hat so ganz komische Roboterhände, aber scheint eine normale Frau zu sein. Und jeder hat andere Attribute. Wir haben hier 60 Health, 70 Shield und er hat oder sie hat hier so ein Stasis-Energiefeld. Und dann werden die mal kurz angehalten, wie wir hier sehen. Und das ist ja, wenn man mal viele Gegner hat, kann man die ein bisschen bremsen und sich auf andere fokussieren. Und der hat hier so ein Schild, wo man dann halt die Schüsse abwehren kann oder zurück schleudern kann. Hat auch ein bisschen mehr Health, dafür ein bisschen weniger Shield. Also jeder hat hier seine anderen Fähigkeiten. Und ja, die sind noch geblockt. Die werden natürlich auch interessant. Die kann man später dann halt aktivieren. Und ja, dann gibt es hier noch verschiedene Talente, die man noch freischalten kann. Möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber echt cool, dass man hier so sich wirklich hochleveln kann. Das macht halt mega viel Spaß. Und ja, wir bleiben mal bei den Kollegen hier. Hier sind so Waffen, die ich schon mal, ja ich weiß nicht, ob man, ja ich hab die auf jeden Fall gesammelt. Und macht echt Spaß. Man kann auch umschalten, ob man jetzt wirklich nachladen will, dass man noch durchziehen muss oder dass es automatisch passiert. Ich hab das auch automatisch gestellt. Weil halt, ja, macht halt ein bisschen mehr Spaß bei dem Game. Es ist halt für ein realistischer Shooter. Von daher passt das eigentlich so ganz gut. Ja, ich spiele mit dem Rifle Casual für die Pico 4. Und ja, da werde ich auf jeden Fall unten in der Beschreibung den Link reinpacken. Und es macht echt Spaß damit, Shooter zu spielen. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal ins Game. Tutorial brauchen wir nicht. Ich gehe jetzt mal in den Adventure-Modus. New Game. So, hier sind wir schon. Da kommt auch schon der erste Gegner. Die lassen auch immer wieder Sachen fallen, die man sich dann nehmen kann, Waffen und so weiter. Ich kann auch per Thumbstick-Druck einmal nachladen automatisch. Und ja, wir haben auf der linken Hand, also je nachdem, ob man Links- oder Rechtshänder eingestellt hat, hat man auf der rechten oder linken Hand halt einen, ja, wie bei Jupiter Grad. So ein Seil, was man schießen kann. Und dann kann man sich halt auch mit fortbewegen. Man findet immer wieder solche Kisten hier, wo man sich dann aussuchen kann, ja, was will ich jetzt hier nehmen. Das ist ein Rocket Launcher. Das ist eine normale Rifle, das ist ganz gut. Injektor, den fand ich jetzt nicht so toll, aber wir nehmen einfach mal die Rifle. Ich zeige euch einfach mal so, wie man damit so spielen kann. Hier haben wir jetzt zum Beispiel, Volt nennt sich das. Wenn man alles gekleert hat, kann man da rein. Guck mal, der hat dir auch was fallen lassen. Das müsste man eigentlich gucken. Der hat 106 ATK, bla bla bla, was hat der hier? Ist eigentlich auch nicht schlecht. Und hat auch noch Elementarschaden. Wir nehmen uns die, wir nehmen uns die. So, mal gucken, ob wir hier reinkommen. Ja. Da kommen halt immer auch andere Gegnertypen auf uns zu. Und jetzt haben wir hier auf dem B-Button unser Schutzschild. So kann man sich dann halt aussuchen, wie man spielen möchte. Ja, und das Spiel ist natürlich auch getrimmt aus. Ab Multiplayer, ne. Dafür macht das Spaß. So. Gucken wir mal, was wir hier haben. Aber ich finde die Waffe ist gar nicht so schlecht. Was haben wir hier? Fastige, normal. 25% DMG Schaden. Und HP ist voll. Okay. Nehmen wir einfach mal. So. So. Hier bleiben wir aber jetzt. Ah, da oben war ja noch was. Da wollte ich noch kurz hinfliegen. So. Was haben wir hier? Lose 50% HP to get 160 Crystals. Also solche Sachen kriegt man immer wieder. Da muss man halt gucken. So ein Deal. Manchmal gar nicht so schlecht. Dann steht da zum Beispiel, HP wird abgezogen. 25%. Dafür kriegst du aber maximal HP höher. Und dann braucht man einfach nur wieder was finden, um seinen HP aufzuladen. Und dann hat man halt mehr vom maximalen HP. Ich hoffe, ich habe es vernünftig ausgedrückt. Wir sind ja natürlich ganz am Anfang. Da ist es noch was einfacher. So. So, laden wir mal nach. Kurz Thumbstick drücken. Und dann sieht man hier dieses kleine, wo die 35 jetzt steht. Kann man dann sehen, dass man aufgeladen hat. Nachgeladen hat. Jetzt nehmen wir mal unser Schutzschild am besten. Das werden es schon ein bisschen mehr hier. Nachgeladen wird gerade automatisch. Eine Bazooka haben wir freigeschaltet. Oh, hier haben wir ein Leben. Aber wir haben volles Leben. Hier haben wir noch eine Kiste. Wir nehmen einfach mal, oder? Wir schauen mal, was wir damit machen können. So, ja, kann man es jetzt auch ausüben. Bravery. Instantly recovers 3 HP up and killing on enemy. Ah, ist eigentlich ganz, ganz cool. Countershock. Level 1. Light Agus can launch a shockwave to throng when press trigger. Okay. Instantly recovers 20% vom HP. Ich fand das eigentlich ganz cool. Immer wenn wir Gegner töten, laden wir ein bisschen was auf. Das ist eigentlich ganz nice. Also, Teleporting. In 3, 2, 1, los. Braucht natürlich lange zum Nachladen, aber... Waderts drauf. Der Gegner hinterlässt halt so eine Giftwolke. So, jetzt sind sie wieder nachgeladen. Den können wir eigentlich einhändig benutzen. Aber wenn man eine normale Rifle hat, ist das eigentlich ganz cool. Kann man hier nochmal schauen, ob hier irgendwas liegt. Und für Motion Sickness anfällige Leute haben wir hier verschiedene Einstellmöglichkeiten, um das zu verbessern. Vignette. Teleport. Ist natürlich auch sehr wichtig, dass hier alles gegeben ist. Ich habe hier sehr, sehr immersiv eingestellt. Da hatten wir verschiedene Modis, wo man alles einstellen kann. So, hier könnten wir Waffen kaufen. Man hat auch so Stationen, wo man Waffen upgraden kann. Ist natürlich auch interessant. Wir behalten aber jetzt den hier mal. Die Big Mama. Was haben wir hier? Da können wir, glaube ich, Waffen upgraden, oder? Pick up the Ray Gun. Genau. Hier werden wir jetzt gefragt, ob wir upgraden wollen. Ich weiß aber nicht, ob wir die ganze Zeit behalten wollen. Ne. Ne. Wir suchen uns gleich eine andere Waffe. Wo ist die Waffe denn jetzt? Doch. Okay. Das wieder in den Vault. Hat aber einen ganz klühen Radius, ne? Hat aber einen ganz klühen Radius, ne? Ne. Ne. Cool. Hier können wir uns jetzt nochmal… Ach, da ist noch einer. K. Also wenn wir in so eine Vault rein wollen, müssen wir immer erstmal alles freischalten. Also alle Gegner killen. Schauen wir uns jetzt hier nochmal um. Obtain a random chip, we have a chance to also obtain a virus chip. Nee, wir wollen kein Virus. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, aber wir haben ja unser Schutzschild. Der kann aber ein Steckenlob. Okay, unser Schutzschild ist kaputt. Okay, wir versuchen jetzt mal hinter ihn zu kommen. Komm, komm, komm. Yes. So, der droppt natürlich einiges wahrscheinlich. So, Spektralprism wollen wir nicht. Rabbit-Virus normal. Okay. So, wir haben 85%, okay. Dann haben wir hier eine Lootbox. Auf jederes aussuchen können. Lucky Magazine. Und Reloading. Wer ist jetzt? 30% Chance. Welcome. DMG haben wir jetzt gerade nicht. Aber wir wechseln gleich auf jeden Fall. Wenn Reloading. Minus 20% DMG taken. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, was das heißt. Muss ich ehrlich sagen. Komm. Ich nehme mal ein Lucky Magazine und wir versuchen gleich mal eine DMG zu kriegen. Weil hier kann man echt nur drauf ballern. Das war's dann. Was haben wir denn hier? Ah. Genau. Das ist die Schrollflinte. Wenn ich die vorne anpacke, dann macht die so einen Schuss. Wenn ich hier aber mit einer Hand nur schieße, macht die so kleine. Und die zerbröseln dann so. Die nehmen wir. Die nehmen wir erstmal. Die 10-000-000-000. Ich bin hier drin. Die 10-000-000. Die 100-000-000. Der ist jetzt nicht so schieße. Die 100-000-000. Die 1-000-000. Das ist eine Probleme. Ah, die Waffe kann nix. Die Waffe kann nix, die müssen wir definitiv austauschen. Da ist eine andere Waffe. Oh ja. Oh, ich bin down. Ok, rewrite. Ok, wir haben eine Chance, sich wieder aufzuladen. Oh, das ist aber schnell. Komm, komm, komm. Oh, die verzieht aber sehr stark. Also hier muss man erstmal die ganzen. Ich verstehe gerade nicht, was wir hier machen müssen, außer auch den Typ hier ballern. Ok, da hat das auch wieder nur so eine Waffe. Ok. Ah, da ist der Ausgang. So, vielleicht kriegen wir gleich noch eine andere Waffe, eine bessere. Wir laden mal nach. Oh je, oh je, oh je. Komm, komm, komm. Wir brauchen definitiv eine andere Waffe. Ok. 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 So. Kann man uns hier mal kurz was aussuchen. Obtain a random chip. First order free. First where you buy at the vending machine does not cost any crystals. Was of nice. Wir wollen uns auf jeden Fall was kaufen. Hier ist wieder nur Upgrade, ne? Hier ist nur Upgrade. Wollen wir nicht. Wir wollen eine neue Waffe haben. Okay. Wenn ich mir überlege, dass man hier jetzt noch eventuell nachladen müsste manuell. So. Uiuiui. Ich bin gleich down. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, die versuchen natürlich alle hochzukommen, ne? Oh, das ist Midi, Midi, Midi. Ich bin in der Mist-Toyote hier. Ah, blöd ist der nicht. So, ein bisschen überrascht. Was haben wir hier? Ach, die Shotgun, die ist auch nix. Ich will eine vernünftige Beweifel haben. Dann haben wir hier Upgrades, oder? Genau. Offense, Defense. Ultra-Protection. Ah, das neue. So, pro Kill 6 HP. Das Blödsinn macht immer, beim Wechsel ist die Waffe dann nicht. So, hier können wir kaufen. So. Da haben wir einen Sniper. Da haben wir einen Sniper. Und für diese Waffe lassen wir ihn erstmal dabei. Ah, guck mal hier. Cool. Wenn ich da durchgucke, blendet sich alles aus. Nur noch schwarz. Und das ist cool. Aha. Okay, der Endgegner, den packe ich nicht. Da habt ihr wenigstens den Endgegner gesehen. Okay, den können wir natürlich gut schießen. Hätte ich direkt wissen müssen. Da kriegst du so weit auf die Glapse. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Wauw, komm. Wauw. Wah. Wauw. Ich bin jetzt down. Okay, das war's. Wir sind besiegt worden. Ich kann jetzt aber gerade auch nichts machen. Wir haben jetzt hier Punkte bekommen und können dafür jetzt natürlich uns aufleveln. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mehr AW. Das ist auch gut. Das nehmen wir. So. Confirm. Yes. Ja, und dann fängt das Ganze wahrscheinlich dann wieder von neu an. Genau, wir sind jetzt Level 4. Wir haben unseren Talentbaum jetzt ein bisschen aufgelabelt. Und ja, hier kann man immer wieder ein bisschen probieren, was das für Waffen sind, die wir hier haben. Man kann sie auswählen. Ja, eigentlich ganz nett gemacht. Also ich muss sagen, cooles Game. Gefällt mir sehr gut. Und ja, das im Multiplayer macht natürlich umso mehr Spaß. Und ja, jeder kann dann seinen Charakter aufleveln und wird dann immer besser. Und ja, dann kann man irgendwann auch den Endgegner mal besiegen. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir jetzt ein Like drauf gebt. Abo-Button wäre echt nice, wenn ihr den dritten würdet. Und ja, schaut doch mal hier bei Rifle vorbei. Unten in der Beschreibung ist der Link. Echt cooles Teil. Macht Bock damit zu zocken. Und ja, sehr handlich. Und man findet immer wieder die richtige gute Stelle, um zusammen zu snappen. Das ist über dem Magnet. Also sehr, sehr cool. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja Leute, danke schön für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.